Und nun möchte ich ansagen unseren Rolf und die liebliche Maria Pfeilchen in eine Flieder. Die heißt Rose. Richtig, ja. Mary Rose, nicht? Schön, dass du schon gelandet bist. Willkommen bei unserer Show, Mary Rose. Dankeschön, Rolf. Aber weißt du, mir ist Hunde elend. Ich geh nochmal Gassi. Na hör mal, ich hab dich so aufgeregt. Du bist doch ne alte Showtante und Auftritte gewöhnt. Ja schon, aber ich bin doch das erste Mal bei den berühmten Muppets.